Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays. Ich befinde mich in dem Spiel One Piece Unlimited World Red. Und bin gerade noch auf Enes Lobby gewesen, beziehungsweise jetzt nochmal zurück nach Alabaster, um noch ein paar verlorene, vergessene Sachen zu holen. So, und zwar gab es in Alabaster noch den Pornoglyph. Ich glaube, der ist hier. Und die eine Kiste, wo ich nur mit Dings langkam. Also brauche ich sie und ich brauche Brooke. So, nochmal eine SP schnell auffüllen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den Pornoglyph gefunden habe. Der ist ja groß. Ich bin modelo. Oh, der ist ja großartig. So, ist das eigentlich nicht? Hier ist ja großartig. Ich bin noch nicht, aber ich kann, weil ich die Pornoglyph sind. So, wenn ich das, wenn ich da noch rauskacke. Oh, das ist ja großartig. Robins Fähigkeit Sie hat die Fähigkeit natürlich noch nicht, ich bin doof Bugs süße Musik kann seine Freunde stärken und seine Gegner mit Statuskrankheiten erlasten Haltet 3 gedrückt und lasst er dann los um das Schlaflieb Flunch zu spielen Um Gegner schlafen zu stecken Brugs Spezialangriff der neuen Welt füllt SP seiner Freunde auf, stärkt Angriff, Defensive und Tempo Cool Haltet E1 und drücke Quadrat um wieder wenigstens ein SP Balkenvolles um Spiel und Freunde zu helfen So, aber das kriege ich dann sicherlich auch noch nicht, weil ich die Fähigkeit wahrscheinlich noch nicht habe Das war ein wenig Fell Immerhin zwei Holzblöcke So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? Ja, ja, cool So Pfeffer und Eizwecköl Die Fabrik kann ich jetzt machen Gemischt waren, da fehlt Müll, den kann ich aber kaufen Oh, das ist ok So 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 Fuck Ich bin Wum 井 Zeit Ich bin Ich bin Wut Ich bin So, nochmal das Ganze. Gemischwarenladen, genau. Und ein neues Regal. Dafür brauche ich die Fische. Schade, für die Fabrik reicht jetzt nicht mehr, weil ich Eisen brauche. So, der Gemischwarenladen, wo ist denn der jetzt? Der ist hier vorne. So, da kann ich Quests machen, das mache ich auch noch gleich. Genau. Schleimgift und Flüssigseife, okay. So weit. So, hier ist bestimmt was Neues. Von Frankie habe ich eins, aber Frankie ist hier nicht drauf, okay. Achso, jetzt habe ich die alte Karte weggegeben. Und ich bin rausgegangen. So, neue Quests. Okay. Okay. Level East Blue. Es sind ganz viele neue Sachen dazu gekommen. Hol dir das, die Items, Kaktus, Fruchtfleisch, fünf Stück. Na, das geht doch schnell. Zehn blaue Früchte, in Enes Lobby, einfach nur an die Bäume ran. Wüstenschatz. Schwierigkeit eins, okay. Marine Chaos. Und ich habe den Drachen schon gemacht, das ist ja witzig. So, nehme ich mal irgendwelche Leute mal mit, die noch schwarz sind. Wobei ich jetzt einfach nur das Quest-Zie mache und das heißt Kaktusfrüchte. Also, da war nichts drin. Da war auch nichts drin. Da war wieder eins. Drei Stück, fehlen noch zwei. Drei Stück, die placekin. Drei Stück, eh? Muss wahrscheinlich die nehmen, wo keine Blumennamen sind. So scharf. Ah, und dafür habe ich auch neue Wörter bekommen. So, na dann. Machen wir da gleich die nächste. Zehn Früchte. So, ihr seid nur Level 1, also nehme ich euch noch weiter mit. So, 2. 3, 4. 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. Hier spieg ich für noch. 7, 8, 9 Ne, doch schon 10 Ok, und die Wörter, die ich kriege, sind scheinbar auch nicht charakterabhängig Also die ich mitnehme auf die Reise